Ich habe leider Kurt Adolf Körber persönlich nie kennengelernt, sondern letztlich bin ich über die Politik mit ihm und seinem Lebenswerk in Kontakt gekommen. Im Rathaus wird jedig vergeben, der große Preis der Körperstiftung, der Körperpreis, wir sagen in Hammurk, das ist ein kleiner Nobelpreis. Und schon als Abgeordneter und jetzt auch als Bürgermeister habe ich am Preisverleihung teilgenommen und mich gefragt, was war es für ein Mann, der dahinter steht und steckte und auf diesem Wege viele über ihn gehört. Einmal muss er selber eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein, der geradezu besessen davon war, immer Neues zu erfinden und neue Ideen zu entwickeln und sich nie ausgeruht hat, also jemand, der wirklich angetrieben hatte, Power hatte. Und das ist, glaube ich, wichtig für eine Stadt, solche Menschen zu haben, die sich nicht ausruhen auf Erfolgen, sondern wirklich mit Kraft dahinter setzen, auch Neues zu entwickeln. Das Zweite ist, dass seine Lebensmaxime immer gewesen ist, auch ein Teil des unternehmerischen Erfolges, an das Gemeinwohl, an die gemeinsame Sache zurückzugeben, darum auch die Stiftung. Und eine Stadt lebt von solchen Menschen. Der Staat kann und soll nicht alles machen, sondern es ist gut, wenn viele Bürgerinnen und Bürger sagen, wir machen selber mit in den Steuern, zahlen, fördern wir die Dinge, die uns am Herzen liegen. Darum ist so ein Mann, der nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer war, sondern sich eingebracht hat in die Gesellschaft mit Ideen, aber auch natürlich mit Geld, unverzichtbar und für die das wirklich geehrt zu werden. Vielen Dank. Vielen Dank.